Warum lieben es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der HMG zu arbeiten? Und was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Es sind natürlich vielfältig die Jobs, die bei uns angeboten werden. Grafiken erstellen, Texte schreiben, recherchieren. Auf Leiter klettern, Dekoration befestigen. Ticketing für Konzerte, beraten über Hotelzimmer. Mal so eben 1000 Stühle sauber machen. Social Media Werbeanzeigen, Google Werbeanzeigen. Mit Reiseveranstaltern sprechen. Rahmenprogramme für Dienstreisende. Genehmigungen einholen. Ja, genau. Ordnungsamt muss ich auch immer machen. Jedes Schild, das aufklickt wird, muss eine Genehmigung haben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Doch. Manche, das findet Leute cool, wenn es heißt, jedes Schild muss genehmigt werden. Vielleicht gibt es Menschen, die gerne in der Buchhaltung arbeiten und die finden auch solche Dinge interessant. Okay, okay, stopp. Anders gefragt, welche Jobs bietet ihr denn konkret an? Wir haben auf alle Fälle Sachbearbeiter in der Buchhaltung, wir haben Vertriebler. Wir haben Tourismusmanager, Eventmanager. Veranstaltungstechniker. Veranstaltungstechniker. Quereinsteiger. Hey du, das ist gar nicht so einfach, der Film, wie das ist. Wahrscheinlich können wir in einem Film gar nicht alles aufzählen. Was macht denn die HMG in Heilbronn alles möglich? Verkaufsoffene Sonntage, Night Shoppings. Kältchen Weihnachtsmarkt. Kältchen Weihnachtsmarkt, ja. Wir haben den Fluss in der Stadt, aus dem lässt sich einfach sehr, sehr, sehr viel machen. Sehr viel. Das trifft es wirklich gut. Noch eine persönliche Frage. Warum arbeitet ihr bei der HMG? Heilbronn ist nicht so groß. Es hat ein enormes Entwicklungspotenzial. Schön ist auch, dass wir die Stadt Heilbronn, die Kollegen der Stadt Heilbronn im Hintergrund haben mit der gesamten Infrastruktur. Also ich arbeite sehr gern bei der HMG, weil es flache Hierher hier sind. Wir haben Freiheiten. Ohne Ende, wir können kreativ sein. Wir können Konzepte entwickeln für Veranstaltungen und es wird alles ernst genommen. Ja, es macht einfach Spaß. Also wir sorgen dafür, dass Menschen in die Innenstadt kommen und dass auch zukünftig Innenstädte noch eine Chance haben. Wir machen hier was von Heilbronnern für Heilbronner. Und da bin ich schon ein Stück weit stolz, da Teil davon zu sein. Ich habe alle, die hier arbeiten, so kennengelernt, dass sie dafür brennen, das hier zu machen. Das macht hier keiner nur, um am Ende von Monaten ein paar Euros auf dem Konto zu haben, sondern wirklich alle, die ich hier kennengelernt habe, machen das aus Überzeugung. Und das hat auch mich angesteckt. Hier ist so viel Potenzial, hier ist unheimlich viel Dynamik in der Stadt. Das motiviert mich, bei der HMG dabei zu sein. Die Leute sollen nach Hause gehen, sollen sagen, ja, das war toll, das war ein toller Tag. Ich habe heute was mitgenommen. Es ist eigentlich schon ein bisschen eine Ehre, auch in so einer Phase Heilbronster mitarbeiten zu dürfen. Persönlich und auch als HMG. Genau, für die HMG oder mit der HMG, ja. Das habt ihr aber schön gesagt. Na, 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 jetzt nicht so ein Werbekitsch. Besser, einfach HMG und wo man sich bewerben kann. Fertig. Besser, einfach HMG. Untertitelung des ZDF, 2020